das SE-Vorlieb nehmen und wir sind auch live in der Pistol für alle die sich wundern wer Snope ist, das ist ein Stand-In. Glaives Enid ist irgendwie abgerauscht und deswegen spielt Anexis hier mit Stand-In. Einen schönen Cutters-Push gespielt. Nico hat auch den First-Check für Anexis bekommen, fände ich allerdings auch schon einsetzen können. Wir schieben jetzt alle nochmal über Cutters. Waffenmodels sind teilweise weg bei den Spielern, dagegen kann ich jetzt nichts machen. Ich will auch keinen Retry riskieren, für den Fall, dass ich nicht wieder raufkomme. Von daher tut mir das leid, aber kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Aber man sieht ja immer, was hier in der Hand ist. Anexis verteidigt in den A-Spot ziemlich gut und gewinnt auch die Runde. Für mich heute auch nicht unbedingt Favorit, aber mich würde es nicht wundern, wenn sie hier gewinnen. Fnatic einfach ein frisches Team jetzt mit Shipnix und Joker oder Jokern wurden ja jetzt vor kurzem erst verpflichtet, ich glaube eine Woche oder so ist es her, weil die Shipnix richtiger Neuzugang gegen Jokern war ja schon mal ein bisschen als Stand-In unterwegs. Tja, und was für Anexis spricht, ist eigentlich auch die Erfahrung, wenn man es so sagen will, auch wenn es nur ein Spiel war. Trotzdem aus einem Spiel kann man schon sehr viel Erfahrung ziehen eigentlich. Der MSL öffnet die Runde, schöner Headshot, Pimp wird berannt, steht aber gegen drei und letzter holt sich auch noch mal MSL. 2-10-0 somit für Anexis. Fnatic müsste noch mal sparen, keine Bombe gelegt bis... What? Okay, sie kaufen Galil mit Weste. Interessant. Ob man dann gegen Famas und M4 eine Chance hat, bleibt abzuwarten. Ich will mal kurz die Normalmodus anmachen. Fnatic schon auch relativ gut Gas unten gegeben. Anexis super defensiv, erinnert an das Spiel gegen Curse. Mal schauen, vielleicht klappt es ja gegen Fnatic heute. Nico macht hier noch eine AWP-Spar mit P250. Übrigens auch keine Punkte auf dem Radar, also alles heute ein bisschen erschwert hier beim Zugucken. So, Hauptteil spielt sich jetzt da hinten ab. Und der Nächste hockt wieder in der CT-Base. Fnatic müsste das aber wissen, haben da ewig keinen Contact gehabt. Aber Smoken, Base und werden wohl A gehen. Schöner Headshot von Forest, äh von Forest, äh von Fries natürlich. Einer nach hinten am B, der Pimp ist das. Ne, Pimp aus der Mitte der Frack setzen können. So, dann hätte ich aber B-A drauf. Runden sieht ziemlich gut aus. Ach, schade, wenn der M4 den Frack da setzen hätte können. Äh, hätte ein Existierender vielleicht nochmal gedreht, aber so. Pimp jetzt gegen 3. Ohne Kit könnte sich zwar das Cutters picken, aber keine Chance, auch super gut gemovt von dem Spieler da. War das Trace durchgemovt. Und wird auch noch mit dem nächsten Frack belohnt, mit seiner Invisible Galil. 2 zu 1 hat sich das Kaufen also direkt ausgezahlt. So, ich hoffe, läuft alles heute. Äh, Legs, 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 nee. Okay, Legs scheint es zwar zu geben, aber auf 720, gut. Das ist schon mal... Okay. Meine Capture-Kart übrigens noch nicht gekommen, leider. Oh, wieder der Boost. Ninde wäre da drauf gewesen. Also, ich scheine sich auch ein bisschen Gedanken gemacht zu haben. Zumindest für die Pistole, wo sie das gespielt haben. Lol. Das hier durch, äh... Wenn da jemand schießt, was ist das für krumm? Also, alles heute hier irgendwie total verbuggt. Nur komische Bugs hier. So, Fnatic wird sich aber jetzt den Ausgleich schon mal holen. Jetzt wird's mit ein bisschen mehr Glück. Macht der Nächstes hier vielleicht die letzten beiden Lower-P-Spieler auch noch. Dann hätten sie drei Runden in der Waffe geholt. Äh, in der Echo geholt. Was nicht so übel wäre. So ist es aber nur einer geworden, nämlich Rütter. Und nächste Equip-Round, Fragezeichen. Ja, sieht gut aus. Oh, kurz Demo starten. Rekord. Klar. Stopp. Ah, cool. Dankeschön. Funktioniert also hier auch noch. Ah, das ist somit schon mal ein Bug bewogen. Thanks. Fraglich, ob ein Retarder es auch bewogen hätte, aber... Das bleibt wohl auf ewig unbekannt. Schöner für das Check von Fries. MSL hat aber auch nicht ganz so gut gestanden. Und Fries hat auch nochmal geboostet. Kann dann natürlich A ins Tor zielen. Pimp müsste hinten noch decken. Wenn ich jetzt eine Flash bekommen würde von einem Mate. Aber das steht viel zu defensiv immer wieder. Trotzdem, schöner Headshot von Pimp. Schade, in zweit macht nicht. Nochmal ein schöner Headshot von Fries. Schön die... Ähm... Den Schatten gesehen von Nico. Das ist wirklich eine Imbar-Pose da fast. Oh, aber noch ein Frack von Fries. Sieht sehr, sehr, sehr stark runter. Snope weißt du anscheinend auch, dass da einer ist. Schön auch von Snope 2. Oder das 2-on-2 raus. Das Bummel kann aber gelegt werden. Und Fries könnte hier fast sogar sein Ace machen. Alles, alle Vorteile der Welt auf die lange Distanz. Und kriegt er den letzten noch. Komm schon, Fries. Er sieht ihn. Schöne Mini-Sips von Nille. Nille vereitelt da das Ace. Schöner Head von ihm. Und... Ah, schade. Runde fast nochmal gemacht. Aber Ritter steht. Gibt ihm da Rittergewitter ins Gesicht. Führung jetzt für Fnatic. Das, äh... Trotz verlorener Pistol. Kann sich schon mal sehen lassen. Gebt mein kleiner Geheimtipp hier wahrscheinlich doch nicht auf. Wenn Fnatic jetzt so viele T-Runden schon holt. Aber mal abwarten. Ja, Ritravel ist auch behebend, dachte ich mir. Aber wie gesagt, will ich nicht riskieren, weil der Go-TV, glaube ich, beschränkt ist von der Kapazität. Was ich bis heute nicht verstehe, aber... Naja, gut. Kann man nicht ändern. 250 scheint hier das Maximum zu sein. So, und der Anti-Eco baut Fnatic... Geht mal Cutters auf. Der Nächste hat es aber gut gemacht. Hat den unten jetzt schon ausgeschlossen. Nico verschiebt. Zusammen mit Nille. Snobe hinten am B. Und jetzt geht... Jetzt geht ein netter Kind raus. Treffen wir jetzt auf MSL, der einen ersten machen kann. Pimp vielleicht noch eine Chance mit dem zweiten. Sehr schön. Oh, aber gepickt. Ah, schade. Ah, häng ich drauf. Reaktion ein bisschen zu spät. Trotzdem gute Ausgangslage. Snobe macht auch schön dicht. Gut gemovt. Gefällt mir bisher, was der Typ spielt. Kennen ihn bisher auch noch nicht. Alle mit P250. Das... ...ist möglich, die Runde zu holen. Nille hört die Steps. So, Snobe muss mindestens einen machen. Oh, Nille ist da. Sehr schön. Oh, oh. Der Headshots von Nille. Und Nico verdient ein saustarke Eko von der Nexus. Richtig gut. Direkt die Initiative ergriffen unten eingenommen. Richtigen Schlüssel draus gezogen. Auch nicht über TBS gerannt, weil es hätte eh viel zu lang gedauert, sondern einfach gechillt. Phenatik ist dann reingelaufen. Hier hat er irgendwie einen Frack gemacht. Und am Ende nochmal schöne Headshots von Nille. Wunderbar gespielt. So, Fries wieder mit AWP. Nico aber auch. Boah, Nico kriegt sogar einen First Track. Wird abgeflascht, aber da brennt noch nichts an. Noch keiner irgendwie ansatzweise an der... ...in der Brücke. So, Nexus macht's auch gut. Zeigt sich ja nicht im Schlitz. Ach doch, der CD hat glaube ich aufgepasst. So, wie weit sind sie da jetzt schon? Ich muss doch nicht wissen, dass der Pimp... Der Pimp ist diesmal sogar am A. Der steht da hinten. Nille ist das. Oh, aber gut. Einen hat er noch mitgenommen. Oh, wo ist Nico denn geboostet? Was ist das für eine Pose, bitte? What the fuck? Wir haben sie ihn da hochbekommen, bitte. So, dass ich ja gerade die Fracks verpasse. Ach, gleich nochmal beobachten. Ah, über die Kisten wahrscheinlich. Das muss ich jetzt nochmal sehen. Vielleicht spielen sie es direkt nochmal. Oh, das ist das. Tschüss, Helikopter. Boost. Ne, schade. Aber vielleicht sehen wir uns später nochmal. Fnatic ist das erste Mal in der Eko. Bitte raus. Nille hält rein. Boah, stark. Nille mit... Boah, mit seinem Ace. Schön. Also gute Einzelaktion bisher von Annexys. Treffen auch heute gefühlt besser als letztens gegen Curse. Scheint heute besser zu laufen. Gute Eko vorhin geholt. Jetzt Nille mit den Ace. Vorher auch schon schöne Headshots. Also bisher Mini-MVP hier bei Annexys. Auf der anderen Seite, Fries vorhin auch eine überragende Runde gemacht sind mit seiner AWP. Bleibt abzuwarten. Von Schipnix bisher leider nichts gesehen. Wieder der Cutters-Push. Wieder der Boost. MSL diesmal. Komisch, dass Nico nicht die AWP hat. Ach ne, ist ja... Sorry. MSI-Niko ist es ja... Kloppt. Das ist ja Nico. Wieder so ein Boost. Was zur Hölle? Auf den Torbogen wahrscheinlich. Auf diese kleine Spitze. Boah, aber es scheint nicht so richtig zu funktionieren. Also vermutlich geht es schon... Ich weiß nicht, ob sie es getestet... Also ob sie es vorher getestet haben. Ah, Pimp. Aber MSL mit Refrag. Muss der Support... Ist nicht da, aber MSL steht gut. Kriegt jetzt keinen mehr. B wird... Äh, A wird immer noch gedeckt. Nille, wichtiges Duell Mitte. Nico will mithelfen. Sieht den Kopf. Aber der T spielt jetzt auch hervorragend. Stirbt jetzt aber. Somit Überzahl für Annexys. Jetzt kann Schipnix mal glänzen. Und den Betecker auf... Oh, schöner hier gegen den Spot. So, Flasch drüber. Schönes Teamplay bisher. Auch gut. Halbwegs, äh... Es sieht nicht so aus, als ob sie die Map zum ersten Mal spielen. Haben sie ja auch nicht. Haben sie ja schon gegen Curse gespielt. Scheint sie noch ein bisschen Vorbereitet zu haben. Also sprechen sie sich gut ab. Haben... Sind zwar so billig vielleicht jetzt irgendwie, aber... Sieht man natürlich, äh... Wenn man die Map nicht kennt, denkt man da natürlich wahrscheinlich auch nicht immer dran. Wie man jetzt da irgendwie flächeln könnte oder so. Gefällt mir bisher das Spiel. So, vielleicht... Jetzt nochmal der Boost. Oh Gott, wieder Aave. Ne, das sieht nicht so aus. Schade, den will ich dann auf jeden Fall nochmal sehen. Ich hoffe, sie bringen ihn nochmal. So, wieder Standard auf Bauwahl für Nettig. Einer Cutters. Der Rest hinten. An der Brücke. An nächstes Behälter. Das defensives Spiel weiterhin bei. Wir blocken jetzt sogar zu zweit dort hinten. Wie steht jetzt hier denn da? Okay. Also, nach defensiver geht es ja fast gar nicht. Okay, es ist so ein kleines Doppeldot. Auch nicht schlecht. Hier ist das MSL und Pimp. Das ist das Bot dort. Und Pimp wird dann rumziehen. Sehr schön. Und jetzt... Schön. Schönes Doppel bisher. Gut funktioniert. Ah, MSL aufs Bot leider gestorben. Was kann Pimp da hinten noch machen? Schade. Ein bisschen Schaden kann er machen. Nille Duell Cutters. Znope ämter schon gut ab. Bomben ist noch nicht aufs Bot. Da rührt da hinten City Base schon oben. Wenn sie T-Schräge kriegen. Das ist der Wichtigste, den sie jetzt eigentlich kriegen müssen. Und Trace macht diesmal, macht er den Headshot. Vorhin ist er gestorben. Und der Retake somit... Ist wirklich... Ah, die Zeit ist abgelaufen. Krass. Ich hab selber nicht drauf geachtet. Aber ich finde, der hat gerade viel zu lang gebraucht. Haben da wahrscheinlich gewartet, bis Trace da irgendwas ansagt oder macht. Oh man. Also Flüchtigkeitsfehler hier bei den Dänen. Bei den... Fanatischen Dänen. Dürfte auch das erste Spiel sein, was ich schon den caste. Also das erste Spiel mit ihrem neuen Line-Up. Bin gespannt, wie sie sich machen in nächster Zeit. Ob sie ihren Anwärter auf eine Top-Platzierung werden oder nicht. Das wird sich in Zukunft zeigen. Boah, guter EGG-Pimp. Das erste Mal, dass es auch wirklich früh Schaden bekommt. So, das Fenedig hat sich schon verstanden, wie der Nächste steht. Jetzt vielleicht nochmal den A-Go. Rechen Smoken. Ich würde lieber den A mal angehen. Das sieht eigentlich auch danach aus. Katastisch-Duell. Oh, wird Vanille gewonnen. Sehr stark. Gut, aber mit Refragship-Nexit auch endlich mal ein Headshot. Auch wenn es gut im Recall war. Smoken dafür seinen Teammate. Oh, der da ein Ticken zu früh vielleicht durch ist. Oh, und Fries macht da den Fehler und will nochmal die AK holen. Oh, das hätte er nicht machen dürfen. Sonst wäre er, glaube ich, aufs Spot gekommen. Oh, in der Situation noch... Oh, bitter. Alles klar, ich kann es verstehen, warum er die AK will. Aber... Ah, da müssen sie halt einfach Gas geben und aufs Spot kommen. Auf dem A dann die Bombe legen. Zwei gegen drei ist ruhlbar, auf jeden Fall. Trotzdem 8-3. Und wie ich schon gesagt habe, Annexis verteidigt heute schon mal wesentlich besser als gegen Curse. Aber vielleicht auch einfach der... ...Schwäche von Phanatic geschuldet. Wer weiß. So, das ist eigentlich immer die gleiche Runde. Sie haben immer hinten viel Kontrolle. Nille und... Ne, Pimp und MSL. Haben da auch immer wieder eine andere Deckung. So, jetzt ist die Frage. Schön, Nille macht den ersten. Rechnen Sie mit Pimp. Tun Sie nicht. Sehr schönes Top-Bild. Oh, schade, dass Pimp immer nur einen macht. Aber MSL einfach zu stark. Nur noch Fries. Gegen vier. Man, das ist eine schöne Runde von der MSL. Also, Pimp und MSL gefallen mir da richtig gut. Lassen Sie sich immer so etwas kleines anderes einfallen. Verarschen der Phanatic mal ein bisschen. Stehen da immer einen Ticken anders. Einer lenkt immer ab. Der andere steht dann irgendwie in einem anderen Eck und macht dann auch die Reflex. Also, gefällt mir, was sie da fabrizieren. Aber Phanatic versteift sich für meinen Geschmack auch viel zu sehr hier hinten auf das... ...auf dieses Sniper-Pad, auf diesen Weg hier. Auf kurz oder weiß ich nicht, wie man es nennen will. Sollten vielleicht wirklich einfach mal hier mehr Smoken. Das Sniper-Pad-Smoken hier so zwei Smokes hin und einfach A durch. Mit Flashes über Cutters und das Tor. Denke ich mal, werden sie viel erfolgreicher. Boah, stark von MSL. Sehr schönes Willkommen. Also, ohne Witz. Nächstes Feld mal eins, das Skimm ist richtig gut. Snowpe bisher noch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Liegt aber auch darin, dass Phanatic wirklich... ...nie A kommt. Und Nico, naja gut. 5 zu 6 Sets. Kann man ihm nichts wirklich vorwerfen, wenn seine Mates ihm... ...feuer immer alles wegschießen. Mal schauen, was für eine Dicke jetzt geplant hat. Fehlt ihm wieder gleicher Aufbau. Oh, Boost für Nico. Oh, und Fries macht den Frack. Krass. Und ich switche auch noch, weil ich nie mal im Leben gedacht habe, dass Fries da den Frack macht. Und macht sogar den zweiten noch hinterher. MSL holt es noch eins. Nur mit der Kallers gepusht. MSL. Oh, da dachte er, der ist schon tot. Schade, Mann. Aber das passiert manchmal. Kennt man ja vielleicht selbst. Krasse Runde wieder von Fries. Also, wenn hier jemand Phanatic im Leben hält, dann ist es auf jeden Fall Fries mit seiner AWP. Schade, den Shot hätte ich auf jeden Fall gern gesehen da. Bei dem Boost. Letzte Runde in der ersten Halbzeit. Und wenn das hier ein 10-5 wird. Äh, wir können eigentlich beide Seiten zufrieden sein. Wobei ich sagen muss, Alexis hat schon die Elfte verdient. Die Runde war halt einfach auch gerade nur 1-SG-mäßig geholt worden von Fries. Wenn sie jetzt nicht direkt einen schnellen First-Für kriegen, dann sieht es eigentlich wieder ganz gut aus. Schade. Oh, Bittermann von Nico. Er verliert halt wirklich jedes Duell. Aber auch nicht so gute Pose, finde ich. Weil, hat man es direkt gesehen, Fries aimt da hin, natürlich. Aber wer auch sonst hin daimt. So, MSL. Pimp. Diesmal. Auch wieder. Ach, sehr schön. Also, ich habe es gerade nicht gerafft, aber ich bin da genauso wie der. Einer steht Schlitz, der andere direkt links daneben. Also, dort ist wir wieder safe. Lille kann das Duell Cutters gewinnen. So, jetzt müssen wir aber das Tor aufpassen. Und diesmal geht es tatsächlich... Ah, jetzt kann Snope mal glänzen. Kann den ersten machen. Machen wir mal Pimp hin vom Pad. Sauber. Und Snope hört die Schritte. Müsste wissen, dass da beide sind. Pimp. Gute Flash. Aber nicht gut genug. Kann Snope noch den Zweiten machen? Ach, schön. Ist gut vorgeämt von Snope. Kriegt auch nochmal einen kleinen Klatscher. 11 zu 4. Starke Runde. Starke Halbzeit von Annexys. Jetzt bin ich gespannt. Mit Pistol kann das hier ein sehr eindeutiges Match werden. Ohne Pistol traue ich Fanatic-Sonne gar nach den... Die Drehung und so. Hey, wie nennt man das? Das Comeback zu. Jo, Nepp wurden leider verschoben. Das heißt... Wohlmöglich gleich eine Stunde Pause. Bis zum nächsten Spiel. Wir müssen wohl Hacks updaten, ne? Do that. So, Annexys auch mit keinem besonderen Aufbau. Kleiner Mini-HAE gegen Fries. Ach, schönes Opening von MSL. Wie ist da eine Fehler gemacht, sich nochmal zu zeigen? Wäre doch auch viel zu aggressiv, müsste man fast meinen. Boah, die P250 zu kaufen zahlt sich aber hier auch komplett aus. Rüttet noch mit einer kleinen Ekelpose. Aber mehr als einen dürfte da eigentlich auch nicht machen. Wobei, schön abgelenkt von Mate. Ah, bitter für den Rütter. Oh, der würde sich ärgern. Joker muss die Runde drehen, aber... Oh, das schafft. Fraglich. Er hat das wichtigen Kit. Sie sind noch nicht aufs Spot. Und Nill ist angeschossen. Snoop ist angeschossen. Also, vielleicht sogar doch noch möglich. Oh. Er hat noch genügend HP. Also, der Pimp killt. Nein, Pimp steht. Aber trotzdem krassere Runde für den Joker. Schade, dass Rütter da hinten keinen bekommen hat. War eigentlich gut abgelenkt. Guck, wie spielt von Fnatic. Aber muss er halt direkt Head geben. Tja, so mit Worst Case natürlich für Fnatic. Beide Pistols verloren. Gleich wahrscheinlich 13,4. Dann ist die Frage, ob man FAMAS kauft. Mal abwarten. Können wir ja sogar den ersten machen. Und der Ding baut richtig viel Druck auf. Aber Nico auch Druck in das Gesicht von Jokern. Jetzt sind wir auf A drauf. Dort, wo ich vorhin Fnatic viel öfter gewünscht hätte. So, 13,4. Der wird noch ein bisschen nach B2,50 gesucht. Ist aber nicht fündig geworden. Und man kauft tatsächlich FAMAS. Das ist aber, denke ich, auch die einzig richtige Entscheidung. Mal schauen, was wir damit ausrichten können. Gehen auf jeden Fall direkt auf Aiming. Boah, lol. Dass das noch ein Headshot wurde von MSL. Da haben wir runterziehen. Gute Shots gefressen da. Der Schipp nix. Also kein guter Start. Fnatic scheint es auch nicht wirklich sich zu sein, wie sie da decken. Also sie wollen da irgendwie offensiv die Fracks. Aber ob das wirklich das Mittel ist. Fries nimmt auch nur ein. Joker noch mit einer guten Posey. Mit einer Joker-Posey. Hehe. Und 3 gegen 3 wurde zum 2 gegen 3. Trace. Schöner Head. Boah. Krasser Headshot von Trace. Und jetzt auf einmal nur nach Nico. Aber gegen zwei Low-HP-Spieler. Boah, er hat keinen Fokus auf rechts. Uiuiui. Da rettet Trace nochmal die Runde. Die eigentlich schon gut aussahen für Annexis. Die hier wohl jetzt schon Eco machen müssen. So, einmal A-Rush. Schöner Flash mit Trace. Richtig Flash. Made of direct zur Stelle. Bilderbuch A-Verteidigung. Schöner Flash. Schöner Flash. So, jetzt bin ich gespannt. Nico, jetzt mal was rafft. Boah, offensiv gepusht. Wie verkauft er von MSL? Freeze noch einen. Gute Smokes dafür, Fnatic. Gibt mir annexisch nicht die Chance, hier nochmal einen Refug zu setzen. Ich habe nichts, weil das Ganze unten auch noch relativ offensiv jetzt zurückgezogen. 3 gegen 4 Unterzahl für annexisch. Abher haben sie noch leider keine Smoke. Also wird trotzdem, wird jetzt enorm schwer, die Runde zu gewinnen. Boah, wenn der jetzt T rein schlägt. Oh, Step von Snope. Ganz typisch irgendwie für Go. Diese Reinlaufsachen mit AWP-Treffung sind irgendwie ganz seltsam. Und auf einmal dreht annexisch auch die Runde. 3 gegen 2. Wissen auch, wo einer ist? Trace können sie eigentlich nur vermuten, dass er mal A ist. Oh, Snope muss hinter sich aufpassen. Oh, schade. 2 gegen 2, rausgespielt von Shipnix. Trace wieder ein und auf einmal nur noch Nille. Gegen 2, 10 Sekunden, 15 Sekunden noch. Das kann er fast nicht mehr schaffen. Wenn Trace da ein bisschen Druck aufbauen würde. Ah, 10 Sekunden noch, echt. Ich glaube, er will einfach nur noch den Einfrack. Jetzt hat er es erst gecheckt. Schade. Und geht auch direkt zu helfen. Hat Shipnix natürlich auch gehört. Will ihn da noch... Ah, hat er die Füße noch gesehen? Ne. Nille legt auch nicht nochmal an. Schade. Da drehen sie nochmal die Runde und dann trotzdem nicht ummünzen können. Siebte jetzt schon für Phanatic. Sollten sie das Spiel verlieren, ist es eigentlich komplett aus der Hand gegeben von Alexis. Dafür, dass beide Pistols geholt haben, müssen sie das Spiel eigentlich auch gewinnen. Wobei, wenn man sich mal Maus angeguckt hat, die haben glaube ich auch beide Pistols gewonnen. Und das Spiel gegen AL war es glaube ich auch sehr deutlich abgegeben. Gegen SC hätte man auch verloren. Also da waren glaube ich auch beide Pistols drin. So, Vanille mit dem Opening mit der gesaveten AK. Kann leider keinen zweiten machen. Jokern und Maid. Jetzt haben wir dort. Müssen einfach nur reinhalten. Keine Chance für Alexis. Dort irgendwie was auszurichten am A. Schön auf den Spot geschoben von Chipnix. 8 zu 13. War aber auch eine Eco. Nille hatte natürlich noch die Waffe, die er gespart hatte. Das ist nur ein Trace gewohntes Bild. Wurde, ersten gesehen. Boah, die AI ist richtig gut. Axis hat er anscheinend Probleme beim Aufbau. Ich hoffe, sie werden jetzt nicht nervös. Drei Runden noch holen. Das ist nicht, äh, es ist nicht wenig. Gerade auf der Map. Oh, Pimp. Hat er hier selbst gehört? Jetzt, ach, gut rumgezogen. Dass da zwei sind, ist natürlich extrem gut gespielt von Phanatic. Ach, Fries mit HE, mit A, WP. Nur noch Snope. Ja, das will eine Menge aussehen. Also ich vermute einfach mal, ihr spielt sauoffensiv oder so. Das, was Phanatic auch in den Endzeiten von 1.6 vielleicht ausgezeichnet hatte auch. Na, mal schauen, ob sie darauf klarkommen. Hatten gegen Curse auf jeden Fall Probleme, irgendwie das richtige Mittel zu finden. So, nochmal. Ne, wurde tatsächlich gekauft. Schneller A-Rush. Vielleicht wirklich das Mittel. Jokern blinds. Schwer ist, was ist da? Oh, gute Probleme bei den CTs. Oh, wie blind sie da sind. Oh, haben die CTs schon richtig gut Schaden gefangen. Und da kamen auch keine Grants mehr. Aber wie auch. Oh, noch Pimp gegen zwei. Aber der hat den 1-SG, um das zu machen. Oh, wird das aber schon gepusht. Ich finde, der Dicke-Himsel ist das so gut. Vielleicht ein richtig gut gegen. Auch wenn der kurzzeitig gut Chaos am Start war. Also gegenseitig angeschossen wurde. Ach, bitte, Mann. Ich bin ja eigentlich schon dafür, eher mal schnelles Richtung A zu spielen. Schade, dass es nicht geklappt hat. Zwei-Stellig nun auch schon für Fanatic. Die jetzt immer mehr und immer mehr ins Spiel gefunden haben. Man hat das einmal drüber gefahren von Trace und Jokern. Ja, die will jetzt auch die Eco-Frax. Und sie bekommen sie natürlich auch. Ja, da kommen sie immer, immer näher ran. Eine Runde noch, dann sind sie... Ah, die Anschlussrunde. Nächstes kann wieder kaufen. Nico wieder mit A war. Aber der ist heute wirklich nicht so gut drauf. Ich zeige ja nachher, äh, nachher Very Games. Auf jeden Fall. Also erstmal primär die ESEA-Matches. Wieder... Äh, Argo, sorry. Boah, wieder gut gegen Flashes. MSL sieht was. Ist da drauf. Macht den ersten... Dann hätte ich einfach wieder direkt zur Stelle. So, Nico gegen zwei. Oh, schönen Schatz diesmal. Schöne Einzelaktion. Oh, jetzt nicht dumm gegen Fries zu sterben. Er weiß, dass er eine A habe hat. Oh, riskant jetzt, riskant, riskant. Er ist jetzt nicht... Fries pusht den mit P2-50. So, jetzt... Nico, jetzt kann er glänzen. Boah, er versammelt den Quickshot. Aber es ist enorm schwer. Fries macht es genau richtig. Baut... Druck auf. Lässt sich überhaupt gar nicht ein... drauf ein auf diese... auf diesen Fernkampf... auf das Fernkampf... oder auf dieses Geplänkel. Sondern baut direkt Druck auf. Weiß, dass er gerade liegt. Macht da die... Distanz kurz. Und wählt die Pistole. Sondern macht einfach das Zuell. Somit die angesprochene Anschlussrunde. Oh Mann, Alexis. Ich habe doch auf euch getippt. Bitte versaut mir den Tipp nicht. So, wieder ein A-Rush. Vielleicht haben sie sich diesmal was anderes einfallen lassen. Wieder Gegenflash. Ich glaube, sie kommen jetzt wirklich später raus. Passieren aber schon wieder Schaden. Frakes sitzt. Einer jetzt. Da fallen wieder zu wenig Frakes. Aber Fernandic hat ja auch leicht, das Spiel zu verschieben. Ach. Ja, genau. Also, wenn, dann sollte man... Den... Den... Ja, genau so. Wenn man das am Anfang mal machen würde... So, Vanille. Jetzt rechts smoken. Und dann auch über Tor kommt. Oder einfach die ganze Zeit... Es würde ja schon reichen. Wenn man hier die ganze Zeit rausflächen würde. Wenn da eine nur stehen würde. Oder zwei. Wenn die ganze Zeit hier flächigsten kommen würden. Oder auch einfach hier durch das Tor. Ist natürlich schwierig, dann den Schlitz zu finden, wenn da eine Smoke liegt. Aber einfach, um das zu delayen, dass sie CTs schieben, dann könnte man vielleicht den A wirklich einnehmen. So allerdings enorm schwer, wenn einfach alle CTs hier durchgasen können. Und da einfach niemand blockt. Oder wenn einer blockt, das habe ich jetzt nicht gesehen, immer... Dass er denn immer stirbt. So, jetzt... Ich baut ihn wieder hinten auf. Okay, bitte. Rock-Raus jetzt. Sehr wichtiger First-Fack. HE sitzt... Nicht mehr gut. Schöne Headshot. Pimp! Oh, Pimp! Pimp your Headshots. Oh, rechts. Nein. Jetzt fällt er auf seinen eigenen Trick rein. Oder auf seine eigene Posey. Ah, kann ich ihn aber ansagen. Trace, wissen Sie, wo er ist? Ja, ist schön. Sie wissen, worin er ist? Jetzt einfach auf A gehen. Keine dumme Entscheidung treffen. Einfach auf A durch. Snope macht das, glaube ich, auch. Sehr gut gespielt von ihm. Er muss halt auch zur Stelle. Nico Lowe kann jetzt auch nochmal richtig defensiv gehen. Spielt es auch super. Geht Cutters rein. Sehr stark. Schön gespielt. Extrem krasse Runde von Pimp. Und das ist einfach ganz typisch für Dust. Dass man hier Runden gewinnen sieht. Die dann hauptsächlich durch Eins-Skill gewonnen werden. So wie eben von Pimp. So, jetzt aber... Was viel wichtiger ist als die Runde jetzt an sich, ist nämlich auch die Folgerunde zu holen. Sollten sie die verlieren, sind sie broke. Und dann hat Fnatic ein gutes Spiel. Das Spiel wirklich nach Hause zu schaukeln. Draw gibt es nicht in der Liga. Ja, wurde Overtime gespielt. Danke, Mist. Hast du ja schon erklärt. Fnatic ist eigentlich ein bisschen zu aggressiv. Annexis scheint sich jetzt relativ gut drauf eingestellt zu haben. So, jetzt ist die Frage, wie viel kann er machen? Snoopy. Oh, es ist so knapp da. Der hätte ihn fast gesehen. Die Frage ist, ob Trace ihn auch gesehen hätte. Wenn da jetzt ein Fläschchen kommt, man müsste ja eigentlich... Man kann eigentlich immer davon ausgehen, dass im Late Game dort einer steht, irgendwie an der Kiste. Oh, Trace. Oh, wenn er durchstrahlt. Schön durchgesprungen. Richtig gut. Weiß nicht, ob das so geplant war, aber wenn, dann Respekt. Ah, somit frei. Token kann noch einen machen. Zwei gegen zwei. Fries. Knapp, knapp, knapp. Warte, Katar ist aber keine gute Pose von Pim. Aber da kommt die Flash von Snoopy. Pim kann da reingehen. Sehr schön. Kann sich jetzt auf Tor konzentrieren. Snoopy kann das definitiv spielen. So, Pim einfach weggehen. Und Snoopy patch. Wunderschön. Spät von der Nexus. Sehr, sehr, sehr stark. Was ich übrigens vergessen habe, zu sagen, äh, sie haben auch letztens erst gewonnen gegen Fnatic. Mit einem 16-14. Jetzt muss ich überlegen, wo das war. Ach, in dieser komischen Dänen-Liga. Gamers DK oder so. In so einer Dänischen-Liga. Da hatten sie auch gegeneinander gespielt. Und da konnte der Nexus auch 16-14 gewinnen. Und es scheint der zweite Sieg gegen Fnatic zu sein. In Folge. Aber nicht mit Fries. Der hat auf jeden Fall entschieden, was dagegen. Ah. Ein bisschen zu viel hat er auf meinem Geschmack dagegen. Da haben wir zwei gegen fünf. Half, half. Da sieht man auch, wie random diese Runden sind. Also einmal zerstört, der nächstes tut alle offensiven. Und in der anderen Runde ist es halt komplett andersrum. Overtime oder ein Exist-Sieg. Fragen über Fragen. Das Geld kann schon mal einen Hinweis, gibt schon mal einen Hinweis darauf, dass das hier wohlmöglich in die Overtime geht. Was geil wäre, ist so ein A-Rush-Fake. Das wäre jetzt eine richtig gute Ansage, finde ich. Weil Fnatic ist immer ultra am schieben. Wenn sie das faken, dort sogar noch ein, zwei Frags setzen könnten, dann wäre das perfekt. Mal schauen, ob sie die Ansage-Qualitäten haben. Das ist auf jeden Fall gut mit MSL da unten. Snoopy legt an. Fnatic wartet aber hinten noch, kriegt den ersten Bomb ist auch down. Dies muss da sterben, Ritter macht noch ein. Flash von Fries. Bitter, bitter, bitter. Das ist die Overtime, das ist die nächste Overtime in dieser Saison und sie wissen glaube ich selbst nicht, ja, dass Overtime gespielt wird. Einer ist direkt schon gelieft, wer war denn das? Pimp? MSL ist gelieft. Ne, atsch. Vanille ist gelieft, so rum. So, da dürfte eigentlich jeden Moment wieder raufkallen. Also, kurze Werbung unterbrechen, dann geht sie weiter in der Overtime. Annex ist gegen Wissen, ihr wisst schon. So, Obertheim. Wie ist das jetzt kommen? MSL, äh, Nille ist wieder truff. Truff, truff, truff. Heißt es auch hoffentlich auf Fanatics-Köpfe. So, 10.000 Start-Money, MR3. Viel Spaß. Ich hoffe, man sieht den Booster nochmal. Snope, Snopey. Aha. Ach, ich finde es Deutsch aussprechen besser. Snope, Nille, Pimp. Er scheint wieder schnell Richtung A zu gehen. Stop-Flash. Ein-Off-Spot gesehen. Jetzt schön weggedreht. Das Frag wäre wichtig für den MSL. Und er macht den. Sehr schön. Diesmal sitzen die Frags zu Annexis. Thor kriegt auch direkt die Hits. Also diesmal geht der Rush auf. So, und jetzt nächste Runde, das als Fake wäre, einfach Weltklasse angesagt. Oh, der hat sich in Ordnung verdient. Hätten sie in Ordnung verdient. Aber ich glaube, man denkt an sowas nicht. Hab vorhin auch gelesen, dass Glaive, der heute ja leider fehlt, Ansage ist bei Annexis. Keine Ahnung, wer das dann übernimmt. Wobei, auf Dust hat man ja jetzt wenig so viele Möglichkeiten, irgendwas zu spielen. Terroristen gewinnen. So, und ja, eine T-Runde könnte sogar schon reichen. Damit sollte man sich aber auf jeden Fall nicht zufrieden geben. Flushibnix scheint er irgendwie vorhin vergessen haben zu kaufen. Keine Ahnung. So, jetzt spielen sie es wahrscheinlich einfach nochmal. Ob das die richtige Entscheidung ist. Jetzt bin ich raus. Auch gut, auch gut, auch gut. Kriegen den ersten Reflect, den Schüppnix. Oh, der macht eine gute Runde. Aber trotzdem... Ah, nein. Nexis ist eigentlich viel zu low. Oh, wie fläschig ist da gerade gekommen. Ah, da kommt die fläschige Seite vor das Tor. Doch rechts spotte der. Schön von Nille, äh, Pim. Äh, Nico im Zusammenspiel. Aber Katastuse aufpassen. Ach, saustag runter wieder von Pimp. Und er hat die Bombe. Selbst wenn Nico jetzt... Okay, er kommt nicht gerade das. Warte gerade sagen, selbst wenn Nico gestorben wäre, hätte er einfach Tor rausgehen können. So, wurde gespottet. Pimp. Kann. Er muss nicht selbst fliegen und er wird gebankt. Oh, und Schüppnix mit einem HP. Und 4K hat er schon gemacht. Er kann das Ace machen. Ein HP gegen 20 HP. Nico. Hinter dir. Jetzt pass doch mal hinter dir auf. Ey, pass nicht auf. Was ist denn das? Ey, es verschippt nix. Oh, der zweite Ace übrigens in dem Spiel. Oh Mann, ey. Mit einem HP macht er den letzten. Nur weil er nicht aufpasst nach hinten. Oh. Ey, dann muss er doch... Muss er doch mal raffen. Und das, wenn er sich am Tor die ganze Zeit nicht zeigt. Oder wenigstens da hingucken. Wobei es natürlich echt schwer ist. Dann muss er zwei Seiten in den Fokus behalten. So ein bisschen, äh... Roulette quasi. Und nochmal... Wie gesagt, ich finde das einfach viel zu billig. Wir kriegen auch so viel Schaden schon in Cutters. MSL macht zwar das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, aber es ist alles so halbherzig, so halbgar, so undurchdacht, so schnell, so schlecht. Einfach euch irgendwie. So, Nico. Vielleicht kann er es auch mit einem HP machen. Oh, er verschießt. Er verschießt beide. Oh. Und jetzt ist es eigentlich schon fast egal, dass er einen HP hat. Aber Fries legt an mit, äh, Deagle mit... Ach egal, mit P2000 oder so. Hat da wohl auch die Ansage von Mate bekommen, dass er nur noch einen HP hat. Somit wieder richtige Entscheidung. Und Fries auf jeden Fall MVP von Fnatic, würde ich hier meinen. So, aber die eine Runde könnte, wie gesagt, reichen. Wenn sie jetzt keine dummen Fehler machen, dann... ...sieht das gar nicht so schlecht aus. So, das ist eine Runde. So, das ist eine Runde. Okay. Okay. So, das ist ein Runde. Auch ein geiler Wust. Ist sowieso ekelhaft. Ich frage es, ob das erlaubt wäre. Weil du ziehst ja hier so drüber. Oh, wobei. Wirklich backen tut ja nichts. Wird verändernbar. Und hier. Das wäre glaube ich nicht erlaubt, weil da geht die Wand weg. Ah, schwierig, schwierig. Ich würde so eine Match nicht machen. Von daher vielleicht auch der Baum-Boost. Nicht erlaubt. Vielleicht hat ihnen das noch jemand gesagt, den Steam-Fans. Deswegen spielen sie es auch nicht mehr. Könnte natürlich auch sein. Aber egal. Overtime, zweite Hälfte. Annex, das braucht ihr alle drei Runden, um das Spiel zu gewinnen. Fnatic würden zwei reichen. Oh, das find ich. Oh, nein. Da machen sie wieder nach. Wir wollten sie glaube ich auch hier auf diesen... ...auf diesen Vorsprung boosten. Aber Fries wieder ist Opening. ... Willy damit schön jump. Fries, Joker. Annex, es gibt das hier jetzt nicht tatsächlich nachher ab, oder? Wir werden gleich die nächste Overtime sicher haben. Aber Snow hat noch was dagegen. MSL. Schade, Fries wieder überragend. Einfach heute auf dem Server. Smoke ist einfach auch too strong. Muss neben sich noch aufpassen. Gute Smoke. Er hat sogar einen Kit. Ah, schade. Fries. Fries, Fries, Fries. Einfach jede Runde. Fries. Fries das, Annexis. Mann, Mann, Mann. Vielleicht aber nächste Overtime. Wer weiß. Warum machen sie da so ein Special? Also ich finde es gut, dass sie irgendwas machen, aber dann dort so ein riskantes Special. Ach, Mann. Unnötig. Jetzt scheint man da ein bisschen standard zu... Ach, Mann, Pimp. Warum hat Pimp jetzt auf die Arme? Ja, aber wundere dich doch nicht. Da kommen irgendwie aus allen Seiten die Tees gekrochen. Ach, schon wieder First Track. Okay. Ich lege auch schon ziemlich weit oben. Gehen gerade, glaube ich, auf... Ah, gehen da auf A. Nille am Tor. Kriegt die Flash hinter sich. Boah, schöner Headshot von Shipnix. MSL mit zusammen mit Nico im Retake. Schöner Headshot nochmal von ihm. Cut das. Was war halt bekannt. Trace auch nochmal Headshot. Ach, Nico gegen drei. Die Zeit läuft ja natürlich auch davon. Der Ding macht so gut. Zeigen sich gar nicht. Wussten auch, dass er eine Arme hat. So, dann gibt es einen Headshot. Kratz an Fnatic, die das Spiel nochmal drehen konnten. Ohne gewonnene Pistole in die Overtimes gerettet. Und danach die Overtime gewonnen. Gegenende hin, enttäuschende Leistung von Anexis. Schade, Mann. Ich hätte sie gegönnt. Ich habe auch auf sie getippt. Das war ein schön spannendes Spiel. Hätte am Ende halt nicht... Also sollen sein. Fnatic hat sich sowas ein bisschen gerecht dafür. Für den Loss von letztens. Für den Loss von letztens.